Drei und zwei macht fünf und fünf macht zehn und zehn macht zwanzig. Drei und zwei macht fünf und zehn. Ferner, am 24. ein gleitfreudiges, vorbereitendes, beruhigendes Klistierchen, zwecks Erweichung, Befeuchtung und Erfrischung der Eingeweide des gnädigen Herrn. Was mir an meinem Apotheker, Herr Florent, besonders gefällt, ist der höfliche Ton seiner Rechnung. Für die Eingeweide des gnädigen Herrn dreißig zu. Ja, aber, Herr Florent, Höflichkeit ist nicht alles. Man muss auch vernünftig bleiben und darf den Kranken nicht das Fell über die Ohren ziehen. Dreißig zu für eine Spülung, ergeben Sardiner. Noch einmal, aber ihr habt in den anderen Rechnungen nur zwanzig zu dafür angesetzt. Und zwanzig zu, das heißt bei euren Apothekern zehn zu. Da habt ihr sie, zehn zu. Ferner, am gleichen Tage, ein gutes, reinigendes Klistier, nach ärztlicher Verordnung zusammengestellt, aus einer doppelten Dosis Lappwerge von Senstraum und Rhabarber, Rosenhonig und anderen Ingredienzen, um den Unterleib des gnädigen Herrn auszufegen, zu spülen und zu säubern. Dreißig zu. Ferner, am fünfundzwanzigsten, ein Beruhigungsklistier, um die Winde des gnädigen Herrn zu vertreiben. Dreißig zu. Zehn zu, Herr Florent. Ferner, am Abend, eine Wiederholung des oben genannten Klistiers. Dreißig zu. Herr Florent. Zehn zu. Ferner, am siebenundzwanzigsten, eine gute Arznei, eigens zusammengestellt, um den Stuhlgang zu beschleunigen und die bösen Säfte des gnädigen Herrn auszuscheiden. Drei Livre. Also zwanzig und dreißig zu. Es gefällt mir, dass ihr vernünftig seid. Ferner, am achtundzwanzigsten, etwas geklärte und gesüßte Molke, um das Blut des gnädigen Herrn zu besänftigen, zu beruhigen, zu mäßigen und aufzufrischen. Zwanzig zu. Gut. Zehn zu. Zehn zu. Ferner, einen herzstärkenden, vorbeugenden Drang, der Verordnung entsprechend zusammengesetzt, aus zwölf Gramm Bezoir, Sirup von Zitronen und Granatäpfeln und aus anderen Ingredienzen. Fünf. Immer langsam, Herr Florent, wenn ich bitten darf. Wenn ihr es der Gestalt treibt, da mag ja keiner mehr krank sein. Begnügt euch mit vier Frauen. Das sind zwanzig, dreißig, vierzig, vierzig zu, dreiundzwei macht fünf und fünf macht zehn und zehn macht zwanzig. Dreiundsechzig, liebe, vierstuhl, sechs denn je. So habe ich also in diesem Monat eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Arznei und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Einläufe bekommen. Boah. Im vorigen Monat waren es aber, im vorigen Monat waren es aber zwölf Arznei und zwanzig Einläufe. Boah. Da wundere ich mich nicht, dass es mir in diesem Monat nicht so gut geht wie im vorigen. Da muss Herr Pugon sagen, damit er das ein wenig in die Reihe bringt. Nun gut. Vorwärts. Schaff dies alles weg. Da ist ja keiner. Unglaublich. Toilette. Da ist niemand. Ich kann sagen, was ich will. Sie lassen mich immer allein. Es ist, als ob ich überhaupt nicht klingelte. Ich kann sagen, einen armen Kranken so alleine zu lassen. Klinglinglingling. Klinglingling. Es ist doch nicht zu fassen. Die lassen mich hier sterben. Klinglingling. Du Biest. Da bin ich ja schon. Du Biest. Du Rabenarsch. Und Teufel mit ihrer Ungeduld. Sie hetzen ihre Leute, sodass ich mir furchtbar den Kopf am Fensterladen angestoßen habe. Seit, seit einer Stunde lässt man mich hier. Jetzt heute hält ich den Mund, damit ich dich richtig ausüben kann. Behaupt nicht. Sarah, tut ihr recht. Nach allem, was mir zugestoßen ist. Deines Wegen habe ich mich ganz heutzutage geschrieben. Und eure Wege habe ich mir den Kopf am Fensterladen angestoßen. Das eine fliegt vor das andere auf. Und damit wären wir quitt. Wenn's recht ist. Was du Biest. Wenn ihr schimpft, weine ich. Nicht so allein zu lassen. Au. Biest. Au. Wie ich soll nicht einmal die Freude haben, dies auszuschimpfen. Von mir aus schimpft ruhig nach Herzenslust. Du lässt mich doch nicht, du Biest. Du unterbrichst mich vorwärmt. Wenn ihr das Vergnügen habt zu schimpfen, habe ich das Vergnügen zu weinen. Jedem das Beine. Ist das denn zu viel verlangt? Au. Lassen wir's gut sein, Luder. Trag dies alles ab. Trag dies alles ab. Hat mein Einlauf heute gewirkt? Euer Einlauf. Ja. Ist viel Galle abgegangen? Um Himmels willen. Mit diesen Geschäften habe ich nichts zu tun. Lade und Herr Florent schon seine Nase hineinstecken. Der verdient ja dran. Lasst mir eine Fleischbrühe bereitstellen. Ich bekomme schon bald den nächsten Einlauf. Diese Herr Florent, Herr Fongor betreiben das Recht lustig mit dem Korb. Sie haben in Ihnen eine richtige kurze Meldung. Mich würde einmal interessieren, was Sie denn für eine Krankheit habt, da Sie euch ja also viele Arzneien beschreiben. Schweig, sieh sie, unwissende Person. Es kommt ja nicht zu, die Verordnungen der Medizin zu kritisieren. Geh und hol sie, meine Tochter Angelique. Ich habe etwas mit dir zu besprechen. Da ist sie schon. Sie hat echt Gedanken erhoben. Tretet näher, meine Tochter. Sie haben mit euch zu reden. Ich werde euch gern zuhören, mein Vater. Ich komme gleich wieder zurück. Geschwind, Gehäte, Herr, geschwind. Ich habe nur was sorgt für unser Geschäft. Tornet, was ist denn? Sieh mich ein wenig an. Nun gut, ich sehe euch an. Tornet? Nun also, was, Tornet? Er hältst du denn nicht, wovon ich mit dir sprechen möchte? Ich ahne es nur allzu gut. Von unserem jungen Liebhaber natürlich. Seit sechs Tagen drehen sich doch alle ins Gespräch nur um ihn. Und ihr fühlt euch ja gar so unwohl, wenn ihr nicht ständig von ihm sprecht. Wenn du das bereits weißt, Tornet, warum machst du da nicht den Anfang und sparst mir den Müd, dich auf dieses Thema zu bringen? Ihr habt mir nicht genug Zeit. Ihr habt es so ehrlich davon erzählt, dass man euch schon schwer zu vorkommt hat. Ich gestehe, dass ich nicht müde werde, mit euch von ihm zu sprechen. Und dass mein Herz jeden Augenblick darauf brennt, sich hier zu öffnen. Aber, sag mir, Tornet, verurteilst du die Gefühle, die ich für ihn gehe? Bewahre. Tue ich Unrecht daran, mich mit diesen süßen Regungen hinzugeben? Wer sagt denn so etwas? Sehst du es lieber? Ich hörte mich auf dieses herzlichen Spüren seiner glühenden Leidenschaft. Gott bewahre. Siehst du nicht auch etwas Gottgegebenes und Schicksalhaftes in dem unerwarteten Zufall unserer Begegnung? Aber ja. Findest du nicht auch, dass er wie ein vollkommener Edelmann gehandelt hat, als er zu meiner Rettung kam, ohne mich zu kennen? Oh ja. Dass man nicht hochherziger sein konnte? Aber ja. Und dass er all dies mit dem edelsten Anstand tat? Gewiss. Findest du nicht, Tornet, dass er von guter Gestalt ist? Sicher. Dass auf der Welt nichts Schöner anzusehen ist? Zweifellos. Und dass deine Handlungen wie seine Redeweise etwas Edeles haben? Da habt ihr recht. Dass niemand glühender von seiner Leidenschaft sprechen kann, als er? Ganz anderer Meinung. Und dass es nichts Schlimmeres gibt, als die Gefangenschaften, in der man mich hier hält. Verwehrt sie mich den süßen Drängen und da weiterverlangt jegliche Erfüllung. Da habt ihr recht. Oh, Tornet, glaubt ihr, dass er mich wirklich so liebt, wie er es beteuert. Nun, dergleichen Dinge sind mit Vorsicht anzugehen. Heuchleine nimmt es Angelegenheit, sind sie in der Wahrheit auch zu Ende. Und auf diesem Gebiet habe ich schon große Komödianten erlebt. Oh, Tornet, was sagt ihr da? Mein Gott. So wie er spricht, glaubt ihr denn lediglich, dass er mich belügt? Jedenfalls werdet ihr bald gemüttert haben. Sein Entschluss, um eure Hand zu bitten, wie er es euch schrieb, ist der beste Weg, um euch schnell merken zu lassen. Aber was er nicht meint oder nicht, das wird er bereit sein. Oh, Tornet, wenn er mich vertrübt, will ich keinen Mann mehr auf dieser Welt trauen. Oh, Tornet, da kommt eine Hand. Nun, Tornet, meine Tochter. Tornet, ich habe euch etwas mitzuteilen, worauf ihr vielleicht nicht gefasst seid. Tornet, man hat bei mir um eure Hand angehalten. Ja, was sehe ich? Ihr lacht? Ja, das ist etwas Schönes. Dieses Wort, Heirat. Es gibt nichts Schöneres für die Ohren, junger Mädchen. Was habt ihr zu tun, was sie mir zu befehlen, wie sie dein Vater? Meine Frau wollte gerne, dass ich euch in ein Kloster stecke und eure kleine Schwester Louisan gleich dazu. Sie hat mich die ganze Zeit damit verfolgt. Die gute Frau hat ihre Gründe. Sie wollte der Heirat zunächst nicht zustimmen, doch habe ich mich durchgesetzt und habe mein Wort gegeben. Oh, mein Vater, wie danke ich euch für alle eure Güte. Männlicher Herr, das rechne ich euch hoch an. Das ist die vernünftigste Tat eures Lebens. Ich habe den jungen Mann zwar noch nicht gesehen, doch hat man mir gesagt, ich würde sehr zufrieden sein und hier natürlich auch. Ganz gewiss, mein Vater. Ja, wie, habt ihr ihn denn etwa schon gesehen? Nun, da wir uns so einig sind, will ich euch mein Herz öffnen. Ich würde euch nicht mehr verhehlen, dass dieser Antrag die Folge der Zuneigung ist, die wir zueinander gekauft haben, als wir uns vor sechs Tagen zufällig getroffen haben. Nun, das hat man mir nicht gesagt. Doch freut es mich und es ist umso besser, wenn die Dinge so stehen. Man sagt, er sei ein großer, gut aussehender junger Mann. Ja, mein Vater. Gut gewachsen. Ganz sicher. Von gefälligem Wesen. Natürlich. Eine angenehme Erscheinung. Sehr angenehm. Von vornehmer Gesinnung. Der Vornehmsten der Welt. Klug und aus einer guten Familie. Ah, natürlich, mein Vater. Spricht gut Lateinisch und Griechisch. Davon weiß ich nichts. Und er hält in drei Tagen sein Diplom als Doktor der Medizin. Er, mein Vater? Ja. Ja, hat er dir das nicht gesagt? Wer hat es euch denn gesagt? Na, Herr Purgon. Kennt ihn denn Herr Purgon? Ja, so eine Frage. Er wird ihn wohl kennen, da es doch sein Neff ist. Cléant? Der Neff von Herrn Purgon? Cléant? Wir sprechen doch von dem, für den man für deine Hand angehalten hat. Aber ja. Aber ja. Und das ist der Neffe von Herrn Purgon, der Sohn seines Schwagers. Und der heißt Thomas. Und bis Cléant. Heute Morgen haben wir die Hochzeit beschlossen. Herr Purgon, Herr Purgon und ich. Und morgen soll mir mein zukünftiger Schwiegersohn vorgestellt werden von seinem Vater. Herr Purgon, was ist denn, ihr seid ganz aus der Fassung? Ja, mein Vater. Herr Purgon, ich merke gerade, dass ihr von einer ganz anderen Person sprecht, als ich dachte. Herr Purgon, ihr habt euch einen witzigen Schlag, weil ich an eurem Reichtum eure Tochter mit einem Arzt zu verheiratet bin. Ja, aber was mischst du dich ein, du bist so unverschämt, wie du bist. Meine Güte, immer fangen wir gleich das Schimpfen an. Können wir nicht benötigt miteinander reden, ohne uns gleich zu erhebten? Nur noch einmal in Ruhe. Welchen Grund habt ihr für eine solche Heimat? Der Grund ist, dass ich mir einen Arzt als Schwiegersohn und Ärzte als Verwandte geben möchte, um mir jegliche Hilfe für meine Krankheit zu sichern, um in meiner Familie selbst eine Quelle für die nötigen Arzneim zu wissen und um ständige ärztliche Beratung und Verordnung bei der Hand zu haben. Das heißt, einen Grund nennen. Und ist es nicht krank, so ein Vergnügen, sich so freundlich anzugeben? Doch, gnädiger Herr, Hand auf Herzen, seid ihr denn wirklich krank? Ob ich krank bin? Ob ich krank bin? Nun gut, gnädiger Herr, ihr seid krank. Darüber wollen wir nicht sprechen. Ihr seid sogar sehr krank. Darüber. Ihr seid sogar kränker, als ihr denkt. Das wäre also geklärt. Doch, eure Tochter soll einen Garten für sich finden. Und als sie nicht krank ist, ist es nicht nötig, ihr einen Arzt zum Garten zu geben? Du, Sina, ich gebe ihr doch diesen Mann um meine Willen an. Und eine gehorsame Tochter sollte entzückt sein, das zu nehmen, was für die Gesundheit ihres Vaters zuträglich ist. Du, lieber Gott, gnädiger Herr, darf ich euch einen freundschaftlichen Rat geben? Was für einen Rat. Nicht weiter an diese Heirat zu denken. Und der Grund? Der Grund? Eure Tochter wird nicht bereit dazu sein. Sie wird nicht dazu bereit sein? Nein. Meine Tochter? Eure Tochter, Sie wird nicht sagen, dass Sie weder etwas mit Herrn Diaphorus noch mit Thomas Diaphorus noch mit allen Diaphorus in dieser Welt etwas zu schaffen haben möchte? Aber ich will es, ganz abgesehen davon, dass die Partie viel vorteilhafter ist, als man denkt. Herr Diaphorus hat nur diesen einen Sohn zu erben. Und dazu kommt noch, dass Herr Pugon, der keine Kinder hat und auch keine Frau hat, um dieser Hochzeit willen, dem Jungen sein gesamtes Vermögen vermacht. Und Herr Pugon ist immerhin ein Mann mit rund 8.000 Livre Jahreseinkommen. Der muss viele Leute umgebracht haben, um zu solch einem Reich zum Einkommen zu sein. 8.000 Livre Jahreseinkommen. Das ist schon etwas. Und dazu kommt noch das Vermögen des Vaters. Nicht, Herr Pugon. Das ist ja alles schön und gut. Doch ich komme noch einmal daraus zurück, für einen anderen Mann zum ganzen Leben. Sie ist nicht dafür geschaffen, einmal dann wieder zurück zu sein. Und ich will es. Obwohl, sag doch so etwas nicht. Wie? Ich soll so etwas nicht sagen. Aber nein. Und warum soll ich so etwas nicht sagen? Die Leute werden sagen, ihr wisst nicht, wenn sie von ihr sprecht. Die Leute, die Leute, die Leute sollen sagen, was sie sagen wollen. Ich sage, dass ich von meiner Tochter erwarte, dass sie das Versprechen, das ich gegeben habe, einlöst. Nein, ich sage euch, dass sie es nicht tun wird. Ja, dann werde ich sie schon zwingen. Sie wird es nicht tun, sage ich euch. Sie wird es tun, oder ich stecke sie in ein Kloster. Ihr. Ich? Schon gut. Was heißt jetzt? Schon gut. Ihr steckt sie nicht ins Kloster. Ich stecke sie nicht ins Kloster. Ja. Wer hindert mich denn daran? Ihr selbst? Ich. Ja, das hat der nicht das Herz. Ich werde es haben. Ihr scherzt. Ich scherze keineswegs. Euer Vaterherz wird euch rühren. Das wird es nicht im Geringsten. Ein, zwei, trennen die Arme um den Hals. Ein Pferdchen. Mein lieber kleiner Papa. Und ihr werdet erweichen. Das wird alles nichts nützen. Doch, doch. Ich sage dir, ich bin entschlossen. Ach, ganz schnick, nein. Das ist kein Schnicksack. Du lieber Gott, gnädiger Herr, ich kenne euch. Ihr seid doch gut von Natur auf. Ich bin nicht gut. Ich bin sogar böse, wenn es mir so passt. Nur wohl gnädiger Herr, ihr vergesst, dass ihr krank seid. Ich befehle ihr ausdrücklich, sich darauf einzustellen, den Mann meiner Wahl anzunehmen. Und ich, ich verbiete er ausdrücklich, dergleichen zu tun. Na, wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier, dass du Luther von Dienstmädchen, was du bist, die Frechheit besitzt, damit deinem Herrn so zu sprechen? Wenn der gnädige Herr so wenig bedenkt, was er so zu tun vermag, so hat ein vernünftiges Dienstmädchen das Recht, ihm den Verstand zurechtzurecken. Du bist, ich schlage dich fort. Es ist meine Pflicht, mich Dinge zu widersetzen, die eurer Ehre abdrücklich sein können. Komm nur, dass sie ein angemessenes Traum beibringen. Ich darf nicht zulassen, dass er eine Dummheit begeht. Du bist! Nein, lieber Herr, ich zustimme! Du Rabel, Arsch! Ich will nicht, dass ihr eure Thomas-Diaphoris verheiratet. Und mir wird sie ärgerholt, als reich. Arschelik, wollt ihr mir nicht helfen, dieses Lula hier festzuhalten? Oh, mein Vater, macht euch doch nicht krank. Wenn ihr mir nicht helfen wollt, so werde ich euch verflogen. Und ich? Ich entirbe sie, wenn sie euch geholfen. Dann hau weiter! Ich kann es mehr. Das ist... Das ist mein Tod. Geht ihr doch näher, meine Lieben. Was ist euch, mein armer Gatte? Steht mir bei. Was gibt es denn nur, mein kleiner Schatz? Oh, mein Herzchen. Mein Liebchen. Man hat mich so zur Wut gebracht. Oh je, mein armes Männchen. Ich konnte dies nur verschälen, mein Liebchen. Dieses Lula, eure Toilette, ist unverschämter denn je geworden. So alteriert euch doch bitte nicht. Sie hat mich zur Weißlut gebracht. Nur ruhig, mein Schätzchen. Eine Stunde lang hat sie mir fortwärmend widersprochen. Nun, nun, ganz ruhig. Und sie hatte die Fressheit besessen, mir zu sagen, ich sei gar nicht krank. Das ist doch unverschämt. Ihr wisst doch, mein Herz, wie es um mich steht. Aber ja, mein Herz, da hat sie Unrecht. Dieses Luder ist doch mein Tod. Oh je, oh je. Sie ist schuld an meiner vielen Garten. Ärgert euch doch nicht so sehr. Und ich hab euch doch schon so oft darum gebeten, sie rauszuwerfen. Mein Gott, liebes Schätzchen. Es gibt keine Diener oder Dienstmädchen ohne Fehler. Oft muss man ihre schlechten Eigenschaften und ihrer guten Willen ertragen. Dieses Geschick ist sorgfältig, fleißig und vor allem treu. Und ihr wisst doch, welche Vorsicht man gerade jetzt bei Leuten weitermachen muss, die man sich ins Haus holt. Hey, Toilette! Ich sehe mich ab. Was versetzt ihr denn meinen Garten so in Zorn? Ich? Oh je, ich fürchte, ich weiß nicht recht, wovon ihr da redet. Ich bemühe mich doch nur dem Daily Hand. jeglichen Wunsch zu erfüllen. Du falsche, du Schlamm. Er hat uns erzählt, dass er seine Tochter mit dem Toon von Herrn, die er vor Rüsterei hat, möchte. Daraufhin habe ich ihm zur Antwort gegeben, dass das durchaus eine Rüstepartie für sie sei. Ich aber denke, er fällt besser daran, den in den Kloster zu stecken. Daran kann ich nichts Schlimmes wissen. Ich meine, dass ihr recht habt. Oh Liebste, Liebste, ihr glaubt ihr, das ist eine ganz, ganz, ganz niederträchtige Person. Tausend Unverschämtheiten hat sie mir ins Gesicht geworfen. Oh Gott, ich glaube euch, mein Gott, das beruhigt euch nur wieder. Und sie tun es, wenn sie jemals wieder meinen Garten erde, werfe ich sie hinaus. So allein reicht mir ein Bekopfkirchen, dass ich es in meinem Griff mit wem machen kann. Oh, ihr sitzt ja, ich weiß nicht, wie. Sieht euch ordentlich eure Mütze auf den Kopf. Ihr könnt euch nicht rasch einer Kälte aufhören, als wir den Zug bekommen. Oh, mein Schatz, wie danke ich euch für euren Zahnfreund. Auch dieses hier könnt ihr euch schützen. Auch das hier, ja das hier auf der anderen Seite. Auch das hier, auch das könnt ihr erpropfen. Und ihr zum Schutz vor dem Abenteuer. Du bist, du bist, du bist, was steht hier? Aber, 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 was solltet ihr das? Ah! 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 Ich kann nicht mehr. Warum sich so aufregen? Sie hat es doch nur gut gemeint. Ach, mein Herz. Ach, du hast keine Ahnung über die Bosheit dieser Spitzmügel. Sie hat mich ganz, ganz krank gemacht. Und ich werde mehr als acht, als nein, als zwölf Pflicht hier brauchen, um das wieder in Ordnung zu gehen. Und nun, mein Herz beruhigt euch ein wenig. Ach, mein Herz ist halt mein einziger Trost. Mein armes Schöpfchen. Ach, so will ich euch zumindest versuchen, euch eure Liebe zu lohnen. Und, wie wir es besprochen haben, mein Testament machen. Oh Gott, mein Freund, lass uns nicht darum sprechen, ich bitte euch. Diesen Gedanken könnte ich nicht ertragen. Mein lustenlose Wort, Testament, lässt mich vor Schmerz entzittern. Ich hatte euch darum gebeten, in dieser Angelegenheit mit eurer Notarin zu sprechen. Was denn? Ich habe sie bereits mitgebracht. So lass sie doch eintreten. Oh Gott, mein Freund, der war mein Mann, Ferdy. Wird man nicht und derleiter hier denken? So, trete doch näher, Frau von Bonpoir. Nehmt gerne Platz. Meine Frau hat mir gesagt, dass ihr eine äußerst Ehrenwerte nach Haaren seid. Und eine ihrer besten Freundinnen. Darum habe ich sie gebeten, mit euch über mein Testament zu sprechen. Oh Gott, ich bin nicht in der Lage, über derlei Dinge zu sprechen. Oh, Schatz. Meiniger Herr, ihr habt mir eure diesbezüglichen Absichten dargelegt. Und ich kann euch dazu nur sagen, dass ihr eurer Garten einmal nicht weiter hinterlassen könnt. Wieso denn das? Es ist eben doch ein Gewohnheitsrecht. Wenn eine Provinz mit sofort geschriebene Rechtsgeltung ließ es nicht, aber etwas machen. Aber in Paris und in den Provinzen, das Gewohnheitsrecht gibt, zumindest in den meisten ist das nicht möglich, dass eine entsprechende Verschuldung werden muss. Alles, was ein Mann und eine Frau in einer ehelichen Gemeinschaft lieben, sondern zu tun können, sind wechselseitige Schenke und zu lebenszeiten. Und selbst dann, dass ein Tod des ersten Partners keine Kinder waren zu sein, wie das in beiden von ihnen noch von allen. Das ist aber ein wirklich schlechtes Gewohnheitsrecht, wenn ein Garten seiner zärtlich liebenden Frau nichts hinterlassen darf. Ich würde mir allzu gerne meinen Advokaten konsultieren, um ihn zu fragen, wie ich vorgehen müsse. Aber vor Karten wird man damit fragen, wenn die Verfahren von gewöhnlichem Pferd zeigen, wie sie sehen. Wir glauben, dass es ein großes Verbrechen sei, wenn man seine Testamente hinterführen will. Diese Leute sehen überall Schwierigkeiten, kennen nicht die Schleifung der Schleifung. Er muss bei anderen Leuten fragen, wie die Pferd mit der Schleifung der Schleifung sehen. Wie sie diese Wissen auskennen, wie sie über das Wechsel wechseln und statthaft machen, was sie wechseln. Wie die Schwierigkeiten, die die Sache bieten, wie sie flitten und wie wir finden, das Gewohnheitsrecht zu geben. Und Herr, während ohne solche Faktoren hin, dann muss ich sie mir ein wenig geschickt anstellen. Sie könnte ja gar nichts ausdrücken, unser Beruf wäre kein Zufallin sein. Nun, meine Frau sagte mir, sie sei eine äußerst geschickte Notarin. Nun sagen Sie mir, wie kann ich meiner Frau mein gesamtes Vermögen vermachen und meine Kinder dabei unberücksichtigt lassen? Wie ihr jetzt anstellen sollt, ihr könnt insgeheim einen guten Bekannten eurer Frau aufsuchen und ihnen in aller Form testamentarisch überschreiten, was ihr auch nur wollt. Und wir freuen, wie ihr dann alles zurückstellt. Ebenfalls könnt ihr eine größere Anzahl unserer Investigationszeile auf verschiedene Gläubige ausstellen, die sich eurer Frau zur Verfügung stellen, und ihr ihrerseits eine Erklärung aushalten, dass ihr sich alles nur zu ihrem Gefallen getan habt. Ihr könnt ebenfalls noch euren Lebenszeiten Bargeld überlassen oder auch Wätzle, die ihr euch beschaffen könnt, um sie dann an sie aufzustellen. Mein Gott, ihr solltet euch nicht eure Quellen, wenn euch hier bloß wie ihr Pferdchen, so will ich nicht mehr auf die Welt werden. Mein Herz. Ja, mein Liebchen, wenn ich so unglücklich bin, sollt euch zu verlieren, dann hat das Leben seinen Sinn für mich verloren. Bitte, rass mich jetzt. Und ich werde euch nachvollziehen, zum Beweis meiner Liebung. So beruhigt euch doch. Und seit Läubchen noch nicht an der Zeit, soweit ich das so passiert. Oh, ihr ahnt nicht, wie das ist, wenn mein Wendgarten zärtlich lief. Und das Einzige, was mich bei meinem Tode noch bekümmern könnte, wäre es, kein Kind mit euch zu haben. Herr Pugau hat mir gesagt, er werde mir dafür verhalten. Jetzt kann ich nicht noch kommen. Nun gut. Herz, ich werde mein Testament so abfassen, wie es Herr Pugau gesagt hat. Doch, sage ich eins, ich gebe euch sicher als Halle ab. 20.000 Fr. in Gold, die ich in der Bettnische auch gemacht habe. Außerdem noch zwei Schuldscheine, der dem Überbringer ausgezahlt wird. Den einen von Herrn Dermont, den anderen von Herrn Gérard. Nein, nein, ich will nichts davon hören. Ach, wie viele, sagst du, die doch sind doch in der Bettnische? Na, 20.000. Lass uns doch nicht davon sprechen, ich bitte dich. Oh, und auf wie viele verlaufen sich die beiden Schuldscheine? Der eine auf 4.000 Fr. und der andere auf 6. Alle Güte der Erde, mein Liebster, könnten euch nicht aufwiegen. Ist es euch recht für die liebe, die Testament beginnt? Ja, doch lasst uns dies doch bitte in meinem kleinen Arbeitszimmer erleben. Liebster, sei so gut und geleitet. Dann lass uns gehen mit Angst, Schöpfen. Da stecken sie zusammen und ich habe über ein Testament reden hören. Sicher will eure Stiefmutter, euren Vater, zu einem Komplott gegen eure Interessen überreden. Soll er doch über sein Vermögen nach Nuss und Laune verfügen, solange er nur meinen Herzen keine Gewalt antut. Ihr seht ja, welch schrecklich im Anschlag es aufgesetzt ist. Oh, Tarnett, ich bitte euch, verlasst mich nicht in dieser Lage. Ich? Euch verlasst mich? Er will nicht sterben. Eure Stiefmutter soll nicht nur umgangen und ihre Machenschaften hineinziehen. Ich habe sie nie wirklich leiden können und war immer auf eurer Seite. Ich werde aber beginnt zu ziehen, um euch zu helfen. Doch um euch umso wirksamer zu helfen, möchte ich meine Strategie ändern. Meine Liebe zu euch verwerben und du zum Erzeugen mit eurem Vater und eurem Mutter einer Meinung. So bitte ich euch, Tarnett, lasst Cléon von dem Heiratsplan wissen. Nun, für diesen Auftrag kommt so der alte Buchhörer, Poli Chiena, mein verehrter Entfragen. Das wird mir zwar einige süße Worte kosten, doch im Auto werden sie mich gern bereiten. Heute ist es schon zu spät, aber morgen früh lasse ich sofort nach dem Schick. Er wird bis geistet sein Zimmer. Pauli! Man ruft nicht. Gute Nacht. Verlasst euch mal weg. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe mir aufgetragen, jeden Tag in meinem Zimmer auf- und abzugehen. Und zwölf Mal hin. Und zwölf Mal zurück. Doch ich habe vergessen zu fragen, ob in der Länge oder in der Breite. Nicht leise, du dummes Stück, da bekommt einer eine Gehirterschütterung. Ich wollte euch sagen... Nicht leise, sag ich es dir! Nun, was sagst du? Da ist ein junger Mann, der mit euch sprechen möchte. Er soll hereinkommen. Knädiger Herr! Knädiger Herr! Ich habe gehört, dass es dem knädigen Herrn besser ginge und meine, dass er gut aussieht. Und die Leute, die behaupten, es ging ihm besser, sind unverschämt. Und unverschämt. Es ist ihm nicht schlechter gegangen. Das ist wahr. Er isst, schläft und trinkt, ganz wie die anderen. Was aber nicht hindert, dass er sehr krank ist. Sehr krank. Sie hat recht. Das tut mir sehr leid. Der Gesangslehrer, eurer Tochter, schickt mich. Er sah sich gezwungen, für ein paar Tage aus Land zu reisen. Da ich ein guter Freund von ihm will, schickt er mich an seiner Stadt, um die Gesangstunden fortzusetzen, denn er befürchtet, dass die Bremse einer Unterbrechnung das bereits Erlernste vergessen können. Sehr schön. Geh, hol sie Angelique. Knädiger Herr, ich glaube, es wäre doch besser, wenn sie her zuerst immer führte. Nein, sie soll hierher kommen. Er will dir nicht den rechten Unterricht geben. Aber gewiss, gewiss doch, gewiss. Knädiger Herr, was wird euch nur in den Augen schütteln? Wird euch bei eurem jetzigen Zustand das zeringste Geräusch verständigt, eurer Fizieren erschüttert. Keineswegs, keineswegs. Ich liebe Musik und, ach, da ist sie ja. Tretet näher, meine Tochter. Euer Gesangslehrer ist aus Land gefahren und erschickt hier einen jungen Mann, der euch in Vertretung unterrichten soll. Oh, Himmel! Komm, keine Himmel! Was denn? Wieso diese Überraschung? Weil... Was, 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 was denn? Weil dies ein ganz überraschendes Zusammentreffen von der Eifel ist, mein Vater. Ja, von fern. Heute Nacht habe ich geträumt. Ich befände mich in einer Notlage, die sich schlimmer nicht sein kann. Und ein Herr, ganz lieber hier, sei mir erschienen. Ich hätte ihm Hilfe gebeten und er hätte mich aus meiner strecklichen Lage bezahlen. Nun, um mich zutiefst überrascht, dir anzuschätzen, was mich die ganze Nacht beschäftigt hat. Es ist gewiss kein Unglück, eure Gedanken, sei es im Waffen, sei es im Schlafen, zu beherrschen. Und ich wäre zweifelsohne sehr glücklich, wenn ihr irgendeinen Kummer hättet, den ich mit eurem Einverständnis von euch nehmen dürfte. Es gibt nichts, was ich mich... Wirklich, gnädiger Herr. Jetzt bin ich ganz auf eurer Seite und nehme alles zurück, was ich jetzt schon gesagt habe. Das sind Herr Diabhoris Sohn und Herr Diabhoris Vater, die euch einen Besuch abschalten möchten. Was für einen guten Schwiegersinn ihr doch bekommt. Ihr werdet den hübschen und geistreichsten Jungen der Welt gesehen kriegen. Nur zwei Worte von ihm und ich war ganz hin und weg. Äh, Tochter, willst du begeistert sein? Geht nicht fort, mein Herr. Ich gehe heiraten nämlich meine Tochter. Und da kommt gerade ihr zukünftiger Ehemann, den sie noch nie gesehen hat. Es ehrt mich sehr, dass ihr mich zum Zeugen einer solch freudigen Begegnung machen würdet. Er ist der Sohn eines tüchtigen Arztes. Die Hochzeit wird in vier Tagen stattfinden. Herr Büschel, kontaktieren Sie doch bitte Ihren Gesangtslehrer, damit er auch zur Hochzeit kommt. Ich werde es nicht versäumen. Ich bitte auch euch dazu. Es wird eine große Ehre für mich sein. Also stell dich auf, dann wisst Sie. Herr Bourgogne, mein Herr, hat mir verboten, meinen Kopf zu entblößen. Ihr seid vom Fach. Ihr kennt die Folgen. Bei allen unseren Besuchen wollen wir den Kranken Hilfe bringen und nicht ihm die Ungelegenheit bereiten. Ich erfahre, mein Herr, mit großer Ohren die Ehre wäre derweise und ich hätte gewünscht, es vollkommen zu können. Doch ihr wisst, mein Herr, dass so ein armer Kranker nichts anderes tun kann, als euch zu versichern, dass er jegliche Gelegenheit wahrnehmen wird, euch wissen zu lassen, mein Herr, dass er ganz zu eurem Dienst bestätigt. Und unsere Bereitschaft nun in die Tat umzusetzen, nun zu Thomas, trete vor und begrüßt die Herrschaft. Dann muss doch ein Vater anfangen. Ja. Gnädiger Herr, in euch darf ich einen zweiten Vater begrüßen, kennenlernen, lieben und verehren. Doch einen zweiten Vater, den ich, ich wage es zu sagen, mehr schulde als den Ersten. Der Erste hat mich gezeugt, doch ihr, ihr habt mich erwählt. Er hat mich notwendigerweise empfangen, ihr aber habt mich aus Gute angenommen. Was er mir gab, war das Werk seines Körpers, denn was ihr mir gab, war das Werk eures Willen. Und so viel höher die geistigen Fähigkeiten über den körperlichen Stehen, so viel mehr schulde ich euch. Und so viel höher schätze ich die künftige Verwandtschaft. Und deren Willen ich euch folge im Voraus, meine sehr bescheidene und sehr ergebene, verehrende Folge. Es lebt die Universitäten, die es so bescheiden, meine Herr, vorbringt. War das Werk, der Vater? Optimiert. Nun, nun zu, begrüßt den Herrn. Soll ich schon küssen? Aber ja. Gnädige Frau, so recht hat euch der Himmel den Namen der Schwiegermutter verheben. Das ist doch nicht meine Frau. Ihr sprecht mit meiner Tochter. Wo ist sie denn? Sie kommt gleich. Soll ich warten, Vater, bis sie kommt? Begrüßt inzwischen nur das gnädige Freundin. Und wie Naturforscher bemerken, dass die Pflanze mit dem Namen Helium froh, sich unablässig dem Tagestier zuwendet, so wird mein Herz von nun an in den glänzenden Sternen eure anbetetes wütigen Augen für immer seinen einzigen Lichtpunkt besitzen. Gestattet daher, Herr gnädiges Fräulein, dass ich heute am Altar eurer Reize das Opfer, die des Herzens darbringe, das nach keinem anderen Ruhme strebt und eifert, als für ein ganzes Leben, gnädiges Fräulein, euer sehr demütiger, sehr gehorsamer und sehr treuer Diener und Gaffel zu sein. Das nenne ich studieren. Dann nenne ich die schönsten Dinge, Herr. Nun, mein Herr, was sagt ihr dazu? Dass der junge Herr ganz außerordentlich gesprochen hat. Und wenn er ein ebenso guter Arzt-Geregner ist, muss es ein Vergnügen sein, zu seinen Patienten zu gehören. Wahrhaftig. Wunderbar, muss das sein, wenn seine Heilmethoden ebenso schön sind wie seine Reden. Wunderbar. Nun, schnell, stühl herbei für alle. Setzt euch hierher, meine Tochter. Nun, mein Herr, wie ihr seht, bewundert die ganze Welt ihren Herrn Sohn. Sie müssen sich sehr glücklich schätzen, einen solchen Jungen zu haben. Ich sage es nicht, weil ich sein Vater bin. Doch habe ich in der Tat einigen Gründen mit ihm zu finden. Und alle, die ihn kennen, schätzen ihn als ordentlichen Jungen ein, dem alle Schlechte fände ich. Er hatte nie einen sehr lebendigen Verstand, nie diesen sprünten Geist wie manch anderer. Doch gerade darum habe ich immer gesagt, dass er einmal ein besonnener Mann wird. Und das ist unbedingt erforderlich für unsere Begründung. Als er klein war, war er niemals, was man gemeinhin aufgeweckt oder gewiebt nennt. Immer war er samt, friedfertig, ruhig, sprach kein Wort. Wir hatten alle erdenkliche Mühe, ihm das Lesen beizubringen. Mit neun Jahren konnte er nicht einmal das Alphabet wählen. Nun gut, sagte ich zu mir, die Bäume, die spätraten, bringen die besten Früchte. Auf Marmor schreibt es sich schwerer als auf Sande. Doch bleiben die Sachen doch länger hart. Und diese langsame Auffassung gab es dieser schwerfällige Verstand ein Zeichen für gutes Urteilsvermögen in der Zukunft. Als ich ihn auf die Hochschule schickte, tat er sich schwer. Doch er behauptete sich trotz allen Schwierigkeiten. Und seine Lehrer lohnt mir gegenüber stets seine Beharrlichkeit und sein Bleib. Schließlich hat er durch diese Städte Einhämmer ein prächtiges Examen abgelegt. Und ich darf, ohne mir schmeicheln zu wollen, sagen, dass er in den zwei Jahren hier studiert hat, bei allen Streitgesprächen an unserer Universität, kein anderer mehr von sich wieder gemacht hat. Er ist ein harter Diskussionspartner. Es gibt keine Diskussion, bei der er nicht bis zum Äußeren die Gegenposition befügt. Doch was mir am meisten an ihm gefällt, ist, Und wo er ganz meinem Beispiel folgt, ist, dass er den bedingungslos den Ansichten unserer Vorfallung folgt und dass er niemals etwas über die Meinung und Erfahrung der vorgeblichen Entdeckungen unseres Jahrhunderts verstehen oder auch nur hören wollte. Wie zum Beispiel von der Lehre vom Blutkreislauf und anderen Irrlehren. Ich habe gegen die Anhänger der Kreislauftheorie eine Streitschrift erfasst. Nicht mehr erlaubt, mich zu entfernen, zu lernen, Frau Lange, der erstens gut meines Geistes zu verirren hatte. Aber, mein Herr, ich kann damit nicht anfangen. Ich verstehe von diesen Dingen nichts. Gebt nur, Herr, gebt nur. Man kann dir das Bild deswegen nehmen. Die können wir in unser Zimmer aufhängen. Das Gleiche möchte ich einladen, wie wir womit erlauben werden können, dass ich zu meiner Frau beizuholen, bei welcher Möglichkeit ich einen Vortrag halten werde. Das wird eine angenehme Unterhaltung. Manche gehen mit ihren Geliebten in eine Kommune, doch eine Sektion ist schon etwas mehr viel schicker. Ich kann euch versichern, dass er nach dem Ermessen unserer Doktoren ganz nach Wunsch beschaffen ist. Dass er in erfreulichen Maße befähigt, sich fortzupflanzen und durchaus die Statur besitzt, kräftige Kinder zu zeugen und in die Welt zu setzen. Und, mein Herr, habe ich ja nicht vor, ihn alle hochzubringen und ihm dort eine Anstellung zu verschaffen. Und offen mit euch zu sprechen, so habe ich die hohen Herren nie als angenehme Patienten empfunden. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass es für uns da ein besser ist, beim Volk zu bleiben. Mit dem Volk hat man es bequem. Da müsst ihr euch vor niemandem wegen euren Handlungen rechtfertigen. Und wenn ihr nur nach den allgemeinen anerkannten Gesetzen, der medizinischen Praxis gemäß verfahrt, braucht ihr keine Sorge zu haben, was auch geschehen mag. Mit den hohen Herren hingegen gibt es oft Ärger. Wenn die einmal krank sind, erwarten sie von ihren Ärzten, dass sie sie unbedingt wieder gesund machen. Das ist ja lustig. Und geradezu eine Unverschämtheit, dass sie von Ihnen, meine Herren, wieder gesund gemacht werden können. Das ist ja schließlich nicht eure Aufgabe. Dazu seid ihr nicht zu ihnen gerufen worden. Ihr seid dazu da, eure Gelder in Empfang zu nehmen und ihnen Medikamente zu verschreiben. Das gesund werden liegt an ihnen, wenn sie es dann können. So ist es. Man hat lediglich die Aufgabe, sich formengerecht zu behandeln. Mein Herr, lass uns doch meine Tochter ein wenig vorsingen. Ich habe nur auf eure Aufwanderung gewartet. Mir ist eingefallen, ich könnte so unterhalten in der Gesellschaft, eine kleine Szene aus einer Opa, die erst kürzlich komponiert wurde, gemeinsam mit dem gnädigen Freude ein Vorsingen. Nehmt, das ist eure Stimme. Weiter euch bitte nicht entlassen, euch zu verstehen geben, was die Szene bedeutet, wie wir gemeinsam singen werden. Ich habe keine rechte Singstimme, doch reicht es hier voll auf, um es zu verstehen. Und ihr werdet die Gnade haben, mich zu entschuldigen, dass ich das gnädige Freude ein vortragen lassen soll. Sind die Pferde schön? Es ist eigentlich eine kleine Opa auf dem Stegreis, und ihr werdet lediglich rhythmische Futter oder eine Art freier Pferde hören, wie die leidenschaften Noten zwei Menschen, eingeben, die spontan und frei aus sich heraus verletzen. Sehr schön. Wir wollen hören. Das ist der Inhalt der Szene. Ein Schäfer. Das ist ein schöner Schäfer. Seine heftige Leidenschaft. Treibt ihn dazu an, um die Hand der angebetenen Schönen anzuhalten, da er ohne sie nicht mehr leben kann. Ihr Einverstetnis verschafft er sich durch einen kleinen Kuh, den er ihr geschickt hat, zukommen lassen. Gleichzeitig erfährt er jedoch davon, dass der Vater der Schönen mit einem anderen verheiraten will. Stellt euch vor, wie grausam dies das herrscht. Das arme Schäfer. Er kann die Vorstellung, die Geliebte in den Armen eines anderen zu sehen nicht ertragen. Und seine verzweifelte Liebe, dass die Mittel und Weg sind, sich Zugang in das Haus der Schäferin zu verschaffen. Wo er ihre Liebe ertragen hat und sein Schicksal von ihr selbst erfahren hat. Dort sieht er all die Vorbereitungen im Gang, welche er so gefürchtet hat. Er sieht den unwürdigen Rivalen kommen, den der Vater aus einer Laune heraus, seiner zärtlichen Lüge in den Wege steckt. Er sieht den lächerlichen Rivalen an der Seite der reizenden Schäferin, triumphierend, als seine Siegbereitschaften. Dieser Antrieb entfacht in ihm einen Zorn, den er nur mit Mühe bergenverwandt. Schmerzer für Begriffen wird er der Angekläte dazu. Und lediglich seine Achtung in die Anwesenheit des Vaters, den wir hindern ihn daran, mehr als seine Augen zu brechen zu lassen. Endlich aber überwindet er seine Scheude und seine übergroße Lüge, als ihm zu folgender Leben. Schönst befindet, groß ist meine Mutter, bricht ein hartes Schweigen, öffnet dich. Unbestimmung, mein Geschick, heißes Leben, heißes Tod. Traurig, wie ist du, schirzt es mich und krank, auf der Heiratspläne, die dich kränken. Ich sehe zum Himmel, seh dich an, Frau Grahn, weiter weiß ich nicht zu denken. Lass sie mal eine an. Ich wusste gar nicht, dass meine Tochter so talentiert ist das hier, so ohne weiteres vom Platz singen kann. O aller schönste Fiddich, ist zwar, dass der verliebte Chiff das große Fiddich verdient, in deinem Herzen Platz zu finden. In dieser Not sei es euch nicht mehr verschwiegen. Ja, Chiff, das ist ja, ich liebe dich. O wunderbares Wort, hab ich es recht bei uns. Ja, Chiff, das ist ja, ich liebe dich. Spitz dich weiter, Philly. Ich liebe dich. Oh, wiederholz, ermüde mich. Ja, Chiff, das ist ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Königin, Göttern, liegt die Welt zu Füßen. Doch kann ihr Glück sich mit dem Einmessen? Nur ein Schmerz will meine Freude füllen, ein Nebensum. Mehr als den Tod will ich ihn hassen. Seine Gegenwart ist mir im Vergleich zu euch nur Mater und Qual. Der Vater will nicht seinen Wünschen beugen. So will ich lieber sterben und mich verweigern, diesen Werden. So will ich lieber sterben, lieber sterben. Und was, was sagt der Vater dazu? Lieber, das ist ein wahrlich dummer Vater, wenn er es unter Vorheiten ohne weiteres duldet. Oh, meine Lieben. Nein, 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 nein. Genug davon, genug davon. Diese Komöde ist ein schlechtes Beispiel. Dieser Schäfer Tirtis ist ein unverschämter Kerl und diese Schäferin Phyllis ist ein ungezogenes, freches Ding, wenn sie so über ihren Vater spricht. Zeig mir mal das Blatt. Da steht ja gar kein Text noch. Da steht ja gar kein Text noch. Da stehen ja nur Noten. Mein fertiger Herr, wisst ihr nicht, dass man seit kurzem eine Möglichkeit gefunden hat, den Text auch mit Noten zu schreiben? Schon gut. Euer ergebener Diener, mein Herr. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir hätten sehr gut auf eure unanständige Oper verzichten können. Ich wollte dir die Pflicht zu eurer Unterhaltung weiter. So ein Unsinn ist keine Unterhaltung. Das ist der Sohn von Herrn Dr. Diaphobis. Ohne Frau, ich habe euch dahin neue Namen ein Schläger hinter gegeben. Ich habe irgendeine Signale. Mein Herr, ich bin sehr froh, dass ich gerade recht gekommen bin, um die Ehre zu haben, euch zu sehen. Ich bin auf irgendeinen Signale. Denn auch eine knädige Frau, die habe ich mitten im Fass unterbrochen und das habe ich aus dem Konzept gebracht. Robert, hebt euch das für ein anderes Mal auf. Ich wünsche, ihr werdet eben da gewesen, Liebste. Ach ja, knädige Frau, da habt ihr etwas verpasst, dass ihr das an dem zweiten Vater, der Stato des Memdon und der dumme Heliotriff nicht mitbekommen habt. Nun zu. Geht zu dem Herrn und schwört ihm die ewige Treue als euren zukünftigen Ehemann. Vater! Was, Vater? Ich bitte euch, so überstürzt doch nichts. Gebt uns ein wenig Zeit zum Kennenlernen und lasst die gegenseitige Zuneigung, die so unerlässlich ist für eine glückliche Verbindung, erst einmal wachsen. Was mich angeht, knädiges Vorlein, so fühle ich, dass es schon vor allem hier herangewachsen ist. Ich brauche nicht länger zu warten. Wenn das bei euch so schnell geht, knädiger Herr, so muss ich sagen, dass ich bei mir nicht davon sprechen kann, dass es mir ähnlich geht. Ach, nun, dazu ist doch noch genug Zeit, wenn ihr erst einmal vereiratet seid. Ich bitte euch, mein Vater, überspürt nicht, lasst uns Zeit. Nein, die Ehe ist keine Verbindung, wie man jemanden einfach so grausam hineinwerfen kann. Nein, und wenn der Mann ein Mann von Ehre ist, will er es nicht zulassen, dass ein Mädchen dazu gezwungen wird, ihn zu heiraten. Ne, die Konsequenz, ja, mein Vorlein. Ich kann sehr hoher Mann von Ehre sein und euch zugleich, wenn erlaubt werden kann, so braun nehmen. Das ist aber keine gute Art, sich die Liebe einer anderen Person zu büchern, indem er ihr Gewalt antut. Ihr könnt gleich nachlesen, dass es früher üblich war, junge Mädchen, die heiraten können, gewaltsam, aus dem hausigeren Vater zu führen, wenn wir das in solchen Anschein erwecken, dass sie ihre Einverständnis in die Arme eines Mannes. Früher, mein Herr, ist früher und wir leben jetzt. Solche Theater ist in unserem Jahrhundert nicht mehr nötig. Und wenn wir eine Ehe finden, die nach unserem Beliebnis ist, so können wir sie sehr wohl eingehen, ohne dass wir nun für sie hinein sind. Hab Geduld. Hab Geduld. Und wenn ihr mich wirklich liebt, so müsst ihr alle das wollen, was ich auch will. Ja, mein Vorlein, alles, sobald es mein Leben nicht im Weg steht. Eine wahrlich große Liebe zeichnet sich dadurch aus, dass man nicht ahnen, was seine Frau will, unterwirft und nun Angst will, was sie will. Bis den Grock nennt es, Fräulein. Betrifft es nicht immer dieser Frau. Konzedur. Sobald es ihn betrifft. Nego. Nenn ich Frau. Der Herr kommt frisch von der Universität. Der gibt euch immer Kontra. Wieso wehrt ihr euch noch so und geht die hohe Ehre ab, eine Verbindung mit der medizinischen Fakultät einzugehen? Vielleicht spuckte er eine Mädchen in den Kopf hoch. Wenn da eine herumspuchen wollte, gnädige Frau, so wären sie so geschaffen, dass Vernunft und Anstatt nichts dagegen einzuwenden hätten. Donnermetter, was spiele ich meine komische Rolle hier? Wenn nicht ihr wären, dann will ich sie nicht zu heiratzen. Ich wüsste schon, was ich täte. Ich weiß, gnädige Frau, was ihr damit sagen wollt und kenne eure Güte. Doch lasst euch dessen versichert sein, dass eure Ratschläge vielleicht doch nicht so gelegen kommen, dass man sie befolgen würde. Ja, weil so brave und so ehrbare Mädchen wie ihr es komisch wird, sie folgsam zu sein und ihren Vater zu gehorchen. Das war früher einmal üblich. Auch die Pflichten einer Tochter haben ihre Grenzen, gnädige Frau. Ihnen gebieten Recht und Anstand und dennoch Halt. Wie wollt ihr damit sagen, dass ihr für die Ehe seid, dass ihr euch aber einen Ehemann auf eurem Geschmack aussuchen wollt? Wenn mir mein Vater schon keinen Mann nach meinem Geschmack geben will, gnädige Frau, so will ich ihn wenigstens dazu bringen, mich nicht mit einem anderen zu verheiraten in einer Hochzeit, die mir ganz und gar nichts zusagt. Ja, meine Herren, verzeiht all dies. Jeder verfolgt in seiner Hochzeit einen Zweck. Ich selbst möchte heiraten, um einen Ehemann zu finden, den ich wahrhaftig lieben kann, den ich zu meinem Lebensinhalt machen kann. Und ich gebe zu, dass ich dabei sehr vorsichtig zu Werken gehen will. Wieder eine andere heiratet nur, um ihren Eltern zu entgehen und den Regeln, die sie verfolgen, nur um frei davon zu leben und endlich sie selbst sein zu können. Und eine andere wiederum, gnädige Frau, macht aus der Heirat ein reines Geschäft. Sie heiratet nur, um ein Erbe zu erhalten, das ihnen die Gatte hinterlässt. So eine gnädige Frau rennt skrupellos von Ehemann zu Ehemann und gibt natürlich wenig auf Charakter und gibt wenig auf Würde und Anstand. Ich finde, dass ihr heute recht spitzfindig seid und möchte dazu gerne wissen, was ihr damit fragen wollt. Ich, gnädige Frau, was soll ich wohl mehr sagen wollen, als was ich damit gesagt habe? Ihr seid so albern, meine Lieber, das kaum aufzureißen. Ihr, gnädige Frau, wollt mich wohl dazu bringen, euch eine unanständige Antwort zu geben. Doch darf ich euch dessen versichern, dass ich euch diese Ehre nicht machen werde. Eure Frechtheit muss man was von Ehresgleichen. Nein, ihr müht euch vergebens. Und er mag euch mit einem so lächerlichen Stolz, halt so unverschämt und zählte Reaktion, dass alle Menschen nur mit dem Achseln suchen. All dies, gnädige Frau, bringt euch nichts. Ich werde mich denn noch zurücknehmen. Und um euch jegliche Hoffnung auf einen Erfolg eurer Stüche leiden zu nehmen, gnädige Frau, werde ich mich eurer Gegenwart entziehen. Bedenke, es gibt keinen Mittelweg. Entweder heiratest du in vier Tagen oder ich stecke dich in ein Kloster. Keine Angst, Liebchen. Der setzt sich schon auf den Kopf zurecht. Ich bin untrüstlich, dass ich gehen muss, mein Herz. Aber ich muss etwas in der Stadt erledigen, dass kein Aufschluck durch. Ich bin bald wieder da. Geht nur, mein Schatz. Und schaut bei eurer Notarin vorbei, damit die bewusste Sache rasch erledigt wird. Adieu, mein Schatz. Adieu, mein Schatz. Das ist wahrlich seine Frau, die mich liebt. Es ist unglaublich. Mein Herr, wir wollen uns verabschieden. Ach, Herr Diabrus, wollt ihr mir nicht noch etwas über meinen Gesundheitszustand sagen? Hier, Thomas, nimm den anderen Arm des gnädigen Herrn, damit ich sehen kann, ob ihr es dein Pult gut beurteilen könnt. Quittig. Diko, dass der Pult des gnädigen Herrn, der eines Mannes ist, uns gar nicht mitgeht. Gut. Dass er Murius kurz ist, um nicht zu fragen, Morus. Sehr gut. Heftig klopfen. Behn. Ja, ein wenig klopfen. Optimier. Was auf eine Verstimmung französendes Klinikum bedeutet, damit hindeutet. Sehr gut. Nein. Herr Fungor sagt, meine Nähe sei krank. Nun ja, weil Paranpynium sagt, meint das eine und das andere, denn sie sind eng miteinander verbunden, durch den Varswebe, den Phlyros und oft durch den Meathus-Kollidokus. Ich zweifel es ohne, hat er euch vorordnet, nur gebraten zu essen. Nein, nur gekochtes. Nun ja, gebraten oder gekocht, das kommt aber selbst. Er behandelt euch sehr unbestimmt. Ihr könnt nicht im besseren Punkt sein. Herr Diaborisch. Wie viele Körner Salz muss man auf ein Ei tun? Sechs, acht, zehn, stets gerade sein. Dagegen bei Medikamenten? Ungerade sein. Bis zum nächsten Mal, Herr Diffmes. Bis zum nächsten Mal. Bevor ich gehe, mein Herz, will ich euch nachher bei Gott hinweisen, auf das er ein Auge haben sollte. Als ich im Arscher-Nechsten-Zimmer vorbeikam, sah ich einen jungen Mann bei ihr, der bei meinem Anblickerstoffen lief. Ein junger Mann im Zimmer meiner Tochter? Ja, euer Töchterchen Louis Soraner, aber sie können euch davon berichten. Schickt sie doch her, mein Schatz. Schickt sie doch her. Da haben wir's. Jetzt wundere ich mich nicht mehr über ihren Widerstand. Was wünscht ihr, Papa? Meine Stiefmama hat gesagt, dass sie nicht sprechen wollen? Ja. Kommt doch näher. Nur näher. Dreht euch zu mir, die Augen auf und jetzt seht mich ab. Also? Was, Papa? Das. Was? Habt ihr mir nichts zu sagen? Wenn ihr möchtet, ihr seid gerne, um euch Zeit zu vertreiben, die Geschichte von der Eselshaut erzählen. Oder die Farbe vom Fuchs in dem Raben, die ich gerade gelernt habe. Danach frage ich nicht. Wonach dann? Ein durchtriebenes, kleines Wesen. Ihr wisst ganz genau, wonach ich frage. Ich bitte um Vergebung, Papa. Sieht so euer Gehorsam aus? Wie? Hab ich euch nicht befohlen, mir immer alles zu sagen, was ihr seht. Ja, Papa. Und das habt ihr getan? Ja, Papa. Ich habe euch immer alles gesagt, was ich gesehen habe. Und heute? Heute habt ihr nichts gesehen? Nein, Papa. Nein? Nein, Papa. Sicher? Sicher. Dann will ich euch mal etwas zeigen. Oh, Papa! So, so, ihr kleine Hexe. Ihr wollt mir also nicht verraten, dass ihr einen Mann im Zimmer meiner Tochter Angelique gesehen habt? Oh, Papa! Ich werde euch helfen, so zu lügen. Oh, Papa, ich bitte um Vergebung. Meine Schwester hat mir verboten, es euch zu sagen, doch ich will euch alles erzählen. Zuerst müsst ihr aber den Stock zu spüren bekommen, weil ihr gelogen habt. Dann sehen wir weiter. Vergebung, Papa. Nein, nein. Mein lieber Papa, gib mir nicht die Rute. Doch, doch. Um Himmels Willen, Papa, nicht die Rute. Nur zu, nur zu. Oh, Papa, ihr habt mich verletzt. Halt, ich bin tot. Na nur, was ist denn das? Luisa? Luisa! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was hab ich getan? Ich war's in dir. Was hab ich getan? Meine arme, kleine Tochter ist tot. Hab so teugt mit diesem Stock. Ich hab die Pest von ihm holen. Luisa. Meine arme, kleine Tochter, Luisa. Nur ruhig, nur ruhig. Du weinst doch nicht tot. Ich bin ja noch nicht ganz tot. Oh, mein Gott. Da sehnt sich einer, diese kleine Hexe. Nun gut. Noch einmal. Einmal. Will ich dir verzeihen. Vorausgesetzt, du sagst mir aber auch wirklich alles. Aber ja, Papa. Nämlich nur ja in acht. Denn mein kleiner Finger hier, der weiß alles. Und der sagt mir Bescheid, wenn ihr lügt. Aber Papa, sag nicht meiner Schwester, dass ich es euch gesagt habe. Nein, nein. Ja, Papa, das war's so. Als ich bei meiner Schwester im Zimmer war, da ist ein Mann hereingekommen. Und weiter? Ich habe ihn gefragt, was er wolle. Und er hat mir geantwortet, dass er der Gesangtslehrer sei. Der Gesangtslehrer, aha, da haben wir es. Und weiter? Dann ist meine Schwester herangekommen. Und weiter? Sie hat zu ihm gesagt, geht, geht, mein Gott, geht, ihr bringt mich zur Verzweiflung. Und weiter? Er wollte aber nicht gehen. Was hat er zu ihr gesagt? Er hat ihr furchtbar viel gesagt. Was denn? Alles mögliche. Dass er sie liebt und dass sie das schönste Mädchen auf der Welt sei. Und dann? Dann hat er sich vor ihr auf die Knie geworfen. Und dann? Dann hat er ihr die Hände geküsst. Und dann? Und dann kam meine Stimmhörmer an der Türe vorbei und dann ist er fortgelaufen. Sonst habt ihr mir nichts zu berichten. Nein, Papa. Aber, mein kleiner Finger, der brummelt noch etwas. Mein kleiner Finger sagt da noch etwas, was ihr gesehen habt, aber mir nichts gesagt habt. Nein, Papa, euer kleiner Finger lübt. Nehmt euch in Acht. Oh, Papa, euer kleiner Finger lübt. Ich schwöre es euch. Na schön. Dann geht's. Und passt gut auf alles auf. Geht. Es gibt ja keine richtigen Kinder mehr. Was für Geschichten. Ich habe überhaupt keine Zeit, mich um meine Krankheit zu kümmern. Weiß Gott. Ich bin am lieb. Nun, Herr Bruder, wie geht es bei euch? Wie steht es? Ach, meine Schwester. Sehr. Sehr schlecht. Wie das? Sehr schlecht? Ach, ich fühle mich so, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das ist doch schön. Ich habe nicht einmal die Kraft, überhaupt noch zu sprechen. Ich bin hierher gekommen, Herr Bruder, für euch eine gute Partie, für meine Dichter an Schlick verschenken. Ach, riesen wir nicht von diesem, von diesem Besen. Das ist eine ganz falsche, eine ganz, ganz falsche, ein fresses, ungezogenes Ding. Ach, in weniger als zwei Tagen stecke ich in ein Kloster. Oh, wie schön. Ich bin sehr froh zu sehen, dass euch die Kräfte wiederkehren, dass euch meine Züge gut tut. Nun, von Ernst nehmen wollen wir schon untersprechen. Ich habe euch etwas zur Unterhaltung mitgebracht, das euren Kummer zerschreuen, eure Seelis in dem öffnen wir, die wir mit uns besprechen haben. Dafür möchte ich euch, das ganze Publikum, jetzt einmal bitten, zusammen in Polier etwas zu trinken. Nun, Herr Bruder, geht das nicht eine Dosis Hustensaft auf? Guter Hustensaft ist schon etwas Gutes. So soll ich, wollen wir uns unterhalten. Geduld muss sie sich ein wenig? Ich komme gleich zurück. Prost. Vergesst bitte nicht, etwas für eure Nächte zu tun. Ich werde alles in meiner Macht stehen gezwungen, damit sie erreichen lassen. Wir müssen ihnen unverdämmt diese unsinnige Hauptzeit aufregen, die er sich an die Kopf gesetzt hat. Ich habe mir überlegt, ob wir nicht einen Arzt von uns schicken, der in seinem Herzbedarf vergeht und sein Heilmittel schmeckt. Da wir dazu aber niemanden zur Hand haben, habe ich mir selber einen kleinen Streit aufgedacht. Wie soll der aufsehen? Das ist eine komische Idee. Vielleicht ist mehr Laune als Fluchheit dabei. Lasst mich nur machen und tut ihr das eurem. Da ist ja unser Helft. Erlaubt es mir jetzt, Herr Bruder, dass ich euch bitte, euch bei unserem Gespräch nicht aufzurücken. Ohne jede Bitterkeit auf alles zu antworten, was ich nicht sagen werde. Abgemacht. Gemeinsam über alles nachzudenken, was wir besprechen mögen, um ganz ruhig zu bleiben. Mein Gott, ja! So diese Vorreden. Wie kommt es dazu, dass bei dem Verlögen, das ihr in sich, wo ihr doch nicht eine Tochter habt, nein, das ist nicht so. Wie kommt es dazu, dass ihr davon sprecht, in einem Kloster zu stecken? Wie kommt es, liebste Schwester, dass ich hier der Herr in dieser Familie bin und tun und lassen kann, was ich für richtig halte? Eure Frau hat mich verfreut, euch den guten Markt zu geben, um beiden Töchter auf jeden Fall gelost zu werden. Ich bin nicht sicher, dass ihr aus lauter Nächsten liebt, um ganz entzündet, euch beiden an Frauen umzusehen. Da haben wir es wieder, die alte Leila. Meine Frau, sie ist schuld an allem Übel und aller Weltzirrtier. Sei mir nur dabei, Herr Bruder. Sie ist eine Frau, die nur die allerbesten Absichten gegen eurem Familie lebt. Und nie an ihren eigenen Vorteil bietet, sie in eine wunderbare Liebe zu kommen, die ihren Kindern eine kaum befassbare Zuneigung und Güte schenkt. Das steht ja auch in der Zweifel. Sprechen wir nur nicht mehr davon. Was bezweckt ihr damit, eure Tochter? Einen Arzt zur Frau gehen zu wollen? Ich bezwecke damit, dass ich mir einen Schwiegersohn verschaffe, wie ich ihn brauche. Es ist doch aber nicht das Richtige für eure Tochter. Für sie bietet sich eine günstige Repartie an. Es ist aber die günstigere Repartie für mich. Der Gatte, den sie nun heiraten soll, Herr Bruder, soll der nun für eure Tochter sein oder für euch? Der soll sowohl für sie als auch für mich sein. Ich hole mir die Leute in meiner Familie, wie ich sie brauche. Und aus einem solchen Grund wollt ihr die Kleine, wenn sie einmal Großes, einmal Apotheker zur Frau geben? Ja, warum denn nicht? Ist es denn die Möglichkeit, dass ihr immer voll in eure Ärzte und Apotheker kann nachbleiben und allen Leuten und der Natur zu trotz krank bleiben wollt? Wie soll ich das verstehen, Beraldir? So soll ich das verstehen, Herr Bruder. Ich kenne niemanden, der weniger krank ist als ihr. Und ich könnte mir keine bessere Konstitution wünschen als die eure. Den besten Beweis für eure gute Gesundheit ist, dass ihr es trotz aller Mühe noch nicht geschafft habt, eure gute Natur zu ruinieren. Dass ihr an allen Arzneimern, die man euch hat schlucken lassen, noch nicht krankiert seid. So wisst ihr denn nicht, dass all diese Arzneimern mich gerade am Leben halten? Und dass Herr Bourgogne sagt, ich würde auf der Stelle sterben, wenn er sich nicht einige Tage um mich kümmern würde? Wenn ihr nicht aufpasst, ihr werdet sich so gut um euch kümmern, dass ihr euch bald in einer anderen Welt wiederfindet. Nun lasst uns doch bitte einmal vernünftig miteinander reden, liebste Schwester. Ihr glaubt also nicht an die Medizin? So ist es, Herr Bruder. Und ich glaube auch nicht, dass ich dir untersehen habe, nur wenn ihr jetzt an dich glauben. Also nehmt ihr eine Sache nicht ernst, die für alle Welt ein Faktum ist und sich über Jahrhunderte hindurch des größten Ansehens, ein Freund? Ich bin weit davon entfernt und glaube ganz unter uns, dass es sich dabei um eine der größten Dummheiten der Menschheit handelt. Wenn ich die Sachen mit ein wenig Abstand betrachte, kann ich mir nichts Lächerlicheres vorstellen, als einen Menschen, der sich einbildet, einen anderen heilen zu können. Und wieso glaubt ihr nicht, dass ein Mensch einen anderen heilen kann? Aus dem Grund, Herr Bruder, weil der Körper... Unseres Menschen, weil jeher ein Geheimnis ist, von dem wir Menschen nichts verstehen. Und die Natur uns unsere Augen mit allzu dichten Schleiern verhüllt hat, als dass wir irgendetwas kennen könnten. So wissen die Ärzte nach eurer Auffassung nach, also... Nichts. Es ist wahr, viele von ihnen verfügen über diese Mehrkrankheit. Vielleicht ein rechtes Latein, denn in allen Krankheiten mit kritischen Namen können sie bestimmt von einordnen. Doch von ihrer Heilung verstehen sie kein Weg denn. Da muss man ihnen dann aber doch zugestehen, dass sie davon etwas mehr verstehen, als so manch eine andere. Sie möchten so viel sich ausgesagt haben, Herr Bruder, ihre ganze Kunst erschöpft sich in einem pompösen Kauderwelsch, in einem Fachjargon, wo schöne Wortschlarheit ersetzen und hohe Versprechungen nicht haben. Was soll man also tun, wenn man krank ist? Nicht. Sehen Sie, da fällt sogar das Bild von der Wand. Nichts. Nichts, Herr Bruder. Sie müssen sich nur ruhig halten. Die Natur befreit sich ganz allein von den Verstörungen, deren Opfer sie geworden ist. Und sie müssen sich nur machen lassen. Unsere Unruhe, unsere Ungeduld, das stören kann. Und die meisten Menschen sterben auch eher an ihren Heilmitteln, als an ihren Krankheiten. Nun sind wir doch uns aber einig, dass so manche Mittel der Natur ein bisschen Beihilfe leisten können. Das ist doch wahnsinnig, Frau Bruder. Verstehen Sie denn nicht, dass wir uns seit Jahrhunderten in diesen Vorständen liegen und daran glauben? Sie sollten dann schmeicheln, weil wir wünschen lassen, die Wirklichkeit werden. Ich sehe schon, das Wissen aller Welt ruht in eurem Kopf. Und Sie möchten mehr wissen, als alle großen Mediziner unseres Jahrhunderts. Je nachdem, ob eurem großen Herrn Mediziner reden oder handeln, habt ihr mit feierlei Menschen zu reden. Seid ihr sie reden, sind sie die geschicktesten Menschen der Welt. Seid ihr sie handeln, sind sie die größten Domköpfe, die ihr euch mal vorstellen können. Hohohoho! Ich sehe, was für ein großer Doktor ihr doch seid. Und ich wünschte, einer von diesen hohen Herren wäre jetzt hier, um euch eins drauf zu geben und euch das Maul zu stoppen. Herr Bruder, ich habe es mir nicht zur Aufgabe gemacht, die Medizin zu bekämpfen. Da kann einem jeder auf eigene Kosten und eigene Gefahr machen, was er will. Das, was ich jetzt sage, geht nur unter uns. Ich hätte euch am liebsten ein wenig von euren Gierglauben befreit und mit in eine von Molières Komödien genommen, die von diesem Thema handelt. Es wäre vielleicht eine kleine Verstreuung für euch. Euer Molière mit seinen Komödien ist ein impertinenter Kerl. Und ich finde es gar zu eigenartig, dass er sich über so honorige Leute wie die Mediziner lustig macht. Er macht sich doch gar nicht über die Mediziner lustig, sondern über die Lächerlichkeit der medizinischen Wissenschaft. Der ist auch geraden der Rechte, um sich über so etwas lustig zu machen. So ein Dummkopf und Fressertrockel, wie er ist, mockiert sich über Anordnungen und Ratschläge der Ärzte und stellt so ehrenwerte Leute auf die Bühne. Ihr seid ja ganz schön müde auf ihn. Ja, er ist ein Trottel. Und wenn die Ärzte klug sind, dann hören sie darauf, was ich sage. Er wird noch klüger sein als unsere Ärzte, denn er wird sie nicht um Hilfe bitten. Umso schlechter für ihn, wenn er die Arznei verschwält. Er hat so seine Gründe, warum er dient will. Seiner Meinung nach können sich dies nur starke und widerstandsfähige Leute erlauben, die neben ihrer Krankheit auch noch genug überschüssige Kraft besitzen, die Arznei zu bekämpfen. Aber er hatte gerade einmal die Kraft, seine Leiden zu ertragen. Das sind mir aber wirklich sehr, sehr, sehr komische Gründe. Ach, lassen wir das bereit gehen. Ach, sprechen wir nicht mehr von dem Kerl. Da kommt mir noch meine ganze Galle hoch und ich ja leider ein Rückfall. Nun gut, Herr Bruder, um das Thema zu wechseln. Nur, was eure Tochter heute ein wenig wieder feststellt, müsst ihr nicht gleich so helftlich reagieren und sie in ein Blut zerstrecken wollen. Und was die Wahl eines Schmiedertums anzieht, lasst euch nicht lebt von euren eigenen Wünschen fortreisen und richtet heute ein wenig nach den Neigungen eurer Tochter. Immerhin ist es eine Sache für das ganze Leben. Und das Glück einer Ehe ist davon aus. Sie entschuldigen mich. Was soll denn das? Ich wollte jetzt nur... Ich nehme nur... Ich nehme nur schnell dieses Klistier. Das ist ganz rasch geschehen. Ihr macht wohl Spaß. Könnt ihr denn nicht ein Augenblick ohne Klistier und Arznei fallen? Und verschieben das auf ein anderes Mal und gönnt euch ein bisschen Ruhe. Herr Fleuron, es ist mir unangenehm, in dieser Position mit Ihnen zu sprechen. Doch, auf heute Abend oder Morgen früh. Könnt ihr es eigentlich nur wagen, sich den Verordnungen des Arztes zu widersetzen und den gnädigen Herrn daran zu hindern, sein Klistier zu nehmen? Anerhand, dass ihr euch so etwas herauszunehmen wagt. Geht, mein Herrmann. Sie bereitet sich, dass ihr es nicht gewohnt seid, dass ich das besprechen fühle. Machen Sie sich beruflich über unsere Heilbetonen. Ich hatte den ausdrücklichen Befehl, diesen Besuch zu machen. Und werde Herr Fleuron schon sagen, wie man mich daran gehindert hat, seinen Auftrag durchzuführen und meine Pflicht zu erfüllen. Sie werden ja schon sehen. Sie werden ja schon sehen. Gesundheit! Liebste Schwester, ihr habt soeben so einiges Unglück angerichtet. Weil es ja so ein Unglück ist, wenn ihr ein Kistier verpasst und euch Herr Fleuron verordnet hat. Ihr sprecht so, weil es euch gut geht. Wärt ihr in meiner Situation, würdet ihr nicht so über die Medizin lästern? Was werden kann, Herr Lappier? Ihr macht mich noch wahnsinnig. Ich wünschte, ihr hättet meine Krankheit. Dann würdet ihr nicht so dumm daherreden. Ich würde ja schon sehen. Ah, da kommt ja Herr Fleuron. Da habe ich ja eben unsere schöne Dinge gehört. Er macht sich lustig über meine Anordnung. Mein Herr, das ist nicht so. Da war eine Behandlung, die ich angeordnet habe. Ein Patient, der sich so etwas herausnimmt. Eine unerhörte Auslässigkeit. Siehst du es? Das ist ja schrecklich. Das ist das Tier, das ich die Freude hatte, um selbst zuzubereiten. Meine Schwester, sie ist der Kunst. Nach allen Regeln der Kunst, Erdachten komponiert. Er hat Unrecht. Hören Sie mir zu. Es voller Verachtung abzulegen. Das schreibt zum Himmel. Ja, das ist ein gewaltiger Anschlag auf die Medizin. Eine Fakultätsbeleidigung, die nicht genügend beschraft werden kann. Meine Schwester. Ich erkläre euch hiermit, dass ich jegliche Beziehung zu euch abbrüche. Nein. Dass ich keinerlei Verbindungen zu euch wünsche. Daran ist jegliche Verbindungen zu euch zurück. Hier habt ihr die Schenkung, die ich in meinem letzten Hinblick auf die Heirat gemacht habe. Herr Pugloch, hören Sie mir zu. Sie ist der Grund. Ich, ich, nein, nein. Mein Klistier verabschiedet. Wem ist es herrlich, ich, ich nehme es. Ich hätte euch in Kürze von allem gehalten. Er ist es nicht mehr. Ich möchte euch Papa reinigen und all seine bösen Zerfrägenzen nicht aufpassen. Ich weiß nicht, Sie, Sie, meine Schwester. Ihr habt nur noch etwa ein Dutzend Arzneien gebraucht, um zum Ende zu gelaufen. Er ist solche Mühe. Doch weil ihr euch nicht von mir heilen lassen wollt. Nun, natürlich. Nein, auch nicht der nötigen Gehorsam gegenüber, dass er euch gegen eine Behandlung, die ich angeordnet habe, aufgelegt hat. Niemals, ich würde das nicht tun. So muss ich euch sagen, dass ich euch eurem schlechten Zustand überlasse, der Verstimmung eurer Eingewalt, der Unreinheit eures Blutes, eurer bitteren Galle und eurer faunig gehörenden Zettel. So ist es recht. Und ich will, dass ihr euch noch vor Ablauf und vier Tagen einen unheilbaren Zustand finden sollt. Oh mein Gott. Dass ihr der Bradypepsi einhandt habt und nach der Bradypepsi der Dyspepsi und nach der Dyspepsi der Apepsie und nach der Apepsie der Linterie und nach der Linterie der Dyspepsi. Nach der Hydrovisi dem Tode selbst und dahin möge ich eure Dummheit gebracht haben. Oh mein Gott. Ich bin tot. Meine Schwester, ihr allein seid schuld an meinem Ende. Was ist denn? Ich spüre, wie sich die Medizin bereits rächt. Mein Gott, Herr Bruder. Seht euch doch nur einmal selbst an. Ich möchte um nichts in der Welt, als man euch so fliegt. Kehrt wieder zu euch selbst zurück und lasst euch doch nicht so von euren Einbildungen beherrschen. Habt ihr nicht gehört, Berardin, welch seltsame Krankheiten mir Herr Pugnon angedroht hat? Hier ist es keine Einladung. In weniger als vier Tagen, sagt er, bin ich unheilbar krank. Was tut das denn schon zur Sache, was er sagt? Ist das denn ein Orakel oder was? Wenn man euch sprechen hört, könnte man meinen, Herr Pugnon hätte euren Lebensfaden in der Hand und hätte die Allgewalt, ihn nach Belieben zu verlängern oder zu verkürzen. Versteht doch, dass das Leben in euch selbst wohnt und dass der Zorn von Herrn Pugnon ebenso unsäglich ist, euch das Leben zu verkürzen, wie seine Heilige Sinne zu verlängern. Das ist ein Zufall, der, wenn ihr es nur wollt, es euch entweder erleichtert von diesem Ärzten wegzukommen oder einen anderen zu finden, mit dem ihr ein etwas kleineres Leben geeignet habt. Berardin, ihr versteht es nicht. Herr Pugnon kennt mich in- und ausländisch, aber ich weiß, wie ich behandelt werden muss. Ihr seid schon ganz schön verborgen, wenn ihr die Dinge in einem Tate verbringt. Weniger Herr, wer ist ein Arzt, der euch sprechen möchte? Ei, ei, ei! Ein Arzt? Was für ein Arzt? Ein Arzt mit Krankheiten. Ich frage, welcher Arzt? Ich kenne ihn nicht, doch er gleicht mir wie einem an dem anderen. Und wenn ich nicht wüsste, dass meine Mutter eine anständige Frau war, so würde ich sagen, dass es mein kleiner Bruder ist, den sie mir nach dem Tod meines Vaters geschenkt hat. So, lasst ihn hereinkommen. Lass das Gewächs, doch bitte stehen. Das geht ja mit Wunsch. Einer, es geht, ein anderer kommt. Bernardin, ich habe große Angst, dass durch eure Schuld ein weiteres Unglück passiert. Hört das denn nie auf? Kommt ihr immer wieder darauf zurück? Ja, all diese seltsamen Krankheiten, die ich nicht kenne, liegen mir schwer auf der Seele. Diese, äh, diese, diese, ich bin zu krank. Gnädiger Err, erlaubt mir, dass ich euch alle erforderlichen Führkationen und Adresse anbiete. Euer ergebender Diener, mein Herr. Das ist der ganz untere Tonnet. Gnädiger Err, ich bitte Sie um Verzeihung. Ich habe ganz vergessen, meinem Petiten einen Auftrag zu geben. Ich bin gleich wieder da. Schwester, glaubt ihr nicht auch, dass dies in der Tat unsere Tonette ist? Es ist wahr, dass die Ähnlichkeit besonders stark ist, aber das ist nicht das erste Mal, dass ich von so etwas höre. Man liest ja häufig von solchen Spielen in der Natur. Nun, was mich angeht, so überrascht mich das doch sehr. Und... Was wünscht ihr, mein Herr? Wie? Habt ihr mich nicht berufen? Nein. So müssen wir die Ohren geklungen haben. Verweilt doch noch ein wenig, damit ich sehen kann, wie sehr euch dieser Arzt gleicht. Sonst noch was? Ich hab unten zu tun und genug von ihm gesehen. Das ist unfassbar. Wenn ich sie nicht beide vor mir gehabt hätte, so hätte ich geglaubt, es sei ein bis eine dieselbe Person. Ich habe schon oft von solchen Erstaunlichen gehört. Es soll Fälle gegeben haben, noch in unfassbarer Zeit, wo sich alle Welt vertäuschen lassen. Nun, was mich betrifft, so hätte ich mich in diesem Fall sicher täuschen lassen und hätte geschworen, es sei ein dieselbe Person. Ich bitte Sie von ganzem Ärzten um Verzeihung. Das ist doch nicht zu fassen. Bitte verübert mir nicht meine Neugier, die mich dazu getrieben hat, einen solch berühmten Kranken wie euch aufzusuchen. Allensalben öffnet von euch. Und dies mag die Freiheit, die ich mir vernommen habe, entschuldigen. Ich bin euer ergebener Diener. Knäppiger Erk, ich sehe, dass Sie mich so anstatt. Auf welches Alter schafft Sie mich? Naja, höchstens 5, 26 Jahre alt. Ich bin 90 Jahre alt. 90? Ja, und nur der Hund, meinen Eilmethoden habe ich es zu verdanken, dass ich mich hier so jung und kräftig zu erhalten vermag. Wahrhaftig. Für 90 Jahre seid ihr wirklich ein frischer Kreis. Ich bin ein reisender Arzt. Ich reise von Stadt zu Stadt, von Provinz zu Provinz, von Königreich zu Königreich, um besonders interessantes Krankenmaterial zu finden. Ich suche Patienten, die es wert ist, dass ich mich ihrer annehme, die es wert ist, die großen und schönen Geeignisse, die ich für die Medizin entdeckt habe, am eigenen Leib zu erfahren. Ich verachte es, mich mit gewöhnlichen Krankern, von Rheumatismus und Durchfall, Migränen, Nervenleide und Fieberchen abzugeben. Ich verlange bedeutende Krankheiten. Ein einzelnes Fieber mit der Ehrenentzündung, ein portendliches Schallauflieber, eine ordentlich ausgeprägte Wasserdorf, portendliche Rippenreizung mit Brüche. So etwas gefällt mir, da kann ich meine Trehung verfeiern. Und ich wollte, gnädiger Herr, dass ihr all diese Krankheiten erzelt, die ich soeben aufgeteilt habe, von anderen Ärzten verlassen, ohne Hoffnung, mitten im Todeskampf, nur um euch meine Eilmethoden fortzuführen und euch begründet zu dürfen, dass ich mich eurer annehme. Mein Herr, ich bin euch zu großem Dank verpflichtet. Lasst mich euren Puls spielen. Aha, vorwärts und geschlagen, wie es sich gehört. Ich werde dich schon lehren, anstelle mich zu schlagen. Oder? Der will wohl den Böck nicht herauskehren. Ich sehe, dass du mich noch nicht kennst. Wer ist euer Arzt? Herr Poulgau. Dieser Arzt steht nicht in meinem Register der großen Ärzte. An was sich leidet wird, in seiner Meinung nach. Er sagt, meine Leber sei krank. Andere sagen, es sei die Wilds. Das sieht alles tun kaputt. Ja, auf der Lunge. Auf der Lunge. Oui, wie fühlt ihr euch? Nun ja, ich habe von Zeit zu Zeit Kopfschmerzen. Die Lunge. Ich habe einen Schleier vor den Augen. Die Lunge. Mir tut manchmal mein Herz so weh. Die Lunge. Und ich fühle mich schwach in allen Glitern. Die Lunge. Und meine Zähne sind so furchtbar krumm. Die Lunge. Ich... Ich sage es euch, es ist die Lunge. Der Appetit war es. Ja. Die Lunge. Trinkt ihr gerne ein Stückchen Wein zum Essen? Ja, mein Herr. Die Lunge. Und nach einem Essen wird sie euch dann ein wenig schlecht und schon voll verschafft ein Mieterchen. Ja, mein Herr. Die Lunge. Es ist die Lunge. Welche Spiegel behaupten wahrscheinlich. Geflügel. Fuscher. Kalbsfleisch. Fuscher. Bouillon. Fuscher. Frische Eier. Fuscher. Und am Abend Backblauen, um den Nagel zu entkampfen. Fuscher. Und vor allem, den Wein stark verdünnt zu trinken. Ignoranzo, Ignoranzo, Ignoranzo. Ihr müsst den Wein pur trinken. Und da euer Blut viel zu dünn wird, schiebt ordentlich fettes Sprintfleisch, damit es dicker wird. Ordentlich fettes Schweinefleisch, guten orländischen Käse, Brüzen und Maronen, Reis und Oblade, das bildet uns alle zusammen. Euer Hart ist ein Esel. Ich werde euch einen schicken, den ich kenne, und von Zeit zu Zeit selber nach euch schauen, wenn ich in der Stadt bin. Hauptmann, grüßchen Dank, mein Herr. Was macht ihr nun mit diesem Arm da? Einen solchen Arm würde ich mir so gleich amputieren lassen, wenn ich hier wäre. Aber ich brauche doch meinen Arm. Seht ihr denn nicht, dass er dem anderen die Nahrung wegnimmt und seiner Seite verändert sich zu ernähren? Ja, aber ich brauche ihn doch. Und ihr habt da ein rechtes Auge, dass ich mir an eurer Stelle ausstechen ließ. Ausstechen? Seht ihr denn nicht, dass es das andere beeinträchtigt? Es reißt die ganze Nahrung an sich. Vertraut mir, lasst euch euch sobald wie möglich ausstechen und ihr werdet umso klarer auf dem anderen sehen. Äh, äh, so eilig ist das nicht, nein? Ich bin untröstlich, euch so rasch verlassen zu müssen, doch ich werde auf einer wichtigen Medizinerbesprechung erwartet. Es geht um einen Menschen, der gestern gestorben ist. Einen Menschen, der gestern gestorben ist? Ui, man möchte sich besprechen und untersuchen, was man hätte tun müssen, um ihn zu einigen. Bis zum nächsten Mal. Sie verstehen, dass ein armer Kranker den Arzt nicht nach draußen begleiten darf. Dieser Arzt wird sehr viel. Ja, aber er ist ein wenig rasch. Alle großen Erden sind so. Ein Auge aufstechen, einen Arm amputieren, weil es dem anderen dann besser geht, dann soll es dem anderen lieber nicht so gut gehen. Eine tolle Operation. Macht mich einarmig und einäugig. Okay, ich bin wieder hin. Auf neuen Spenden habe ich keine Lust. Was denn? Verhaftig, euer Arzt, der wollte mir den Puls führen. Das mit 90 Jahren. Alles klar, Herr Blüter. Da ihr noch sehr gut die Tänke vorbekommen habt, wie wäre das, wenn ihr über den Kartinspenden mit meiner Mutter anschließt? Ach, nein. Nein. Ich schicke sie in ein Kloster. Sie hat sich meinem Willen widersetzt. Ich habe herausgefunden, dass dahinter eine Liebschaft steckt. Ich habe sie bei einem geheimen Tettatett erwischt. Doch weiß sie noch nichts davon. Wäre es denn so verwerblich, Herr Blüter, wenn sie sich vermisst, Tettatettet und 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 alle Wege gibt auch so etwas Ehrbares wie eine Hochzeit schlussend. Sie wird Nonne, das ist beschlossene Sache. Damit wollt ihr mehr Einer und ein Geheimnis? Ja, Wieder dieselbe Meier. Meine Frau, sie will euch einfach nicht aus dem Kopf gehen. Nun ja, Herr Blüter, da wir nur mit offenen Karten stehen, genauso wenig, wie ich eure Vernadheit in die Medizin leiden kann, kann ich eure Vernadheit in diese Frau leiden und zusehen, wie ihr mit offenen Augen jedes Mal in jeder Einzelne Fallet hat sie sich erstellt. Sprech nicht von der knelligen Frau, das ist eine Frau, über die man nichts sagen darf, eine Frau ohne Fall. Und sie liebt den knelligen Herrn, sie liebt ihn, man kann es kaum sagen. Fragt sie, wie zehrt mich, sie mich liebt, wie sie sich um meine Krankheit beunruhigt und mit welcher Liebe und Fürsorge sie sich um mich kümmert. Ganz ohne Zweifel. Sollte ich euch hier so gleich beweisen und vorführen, wie sehr knellige Frau die knelligen Herrn liebt? Gnelliger Herr, erlaubt, dass ich ihr ihre Ahnung und Wirklichkeit beweise und ich bin hier schon befreit. Die knellige Frau kommt gleich zurück, legt euch raus, gestreckt ihr die Wette und stellt euch tot. Ihr werdet sehen, wie groß ihr Schmerz sein wird, wenn ich hier die Nachricht überbringe und ihr? Ihr versteckt euch in dieser Ecke da. Ist es nicht gefährlich, sich totzustellen? Nein, nein, was soll denn da gefährlich sein? Das wird ein Spaß. Eure Schwester wird bestürzt sein. Da kommt die gnädige Frau. Macht eure Sache gut. 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 Oh Himmel, welch Unglück, welch schreckliches Geschicht. Es gibt Toilette. Oh gnädige Frau, was ist denn passiert? Euer Gatte ist tot. Mein Gatte ist tot? Er ist soeben entschlossen. Ganz sicher? Ganz sicher, das weiß noch niemand davon. Ich war ganz alleine hier, in meinen Armen. Schüge. Da, seht ihn, ausgestreckt in seinem Sessel. Kurz Zeit lang, da bin ich von einer schweren Lasten Fall. Ich habe von dir toll, mich so über diesen Tod zu gränen. Ich bin ja die Frau, ich dachte, dann müsste man weinen. Ach, nur zu denn, das ist der Mühe nicht wert. Was haben wir schon an dem verloren? Wozu der auf der Welt noch nutze? Ein Mann, der nur gegen den Weg schelten? Du darfst dir sicher sein, dass du für deine Dienste gut belohnt wird. Dass zum Glück noch niemand von dem Vorfall weiß, wollen wir ihn aus dein Bett tragen und seinen tot geheim halten, dass ich meine Angelegenheit erledigt habe. Ich weiß von Papieren und Geld, dass ich für mich sicherstellen möchte, denn das sehe ich nicht, an, dass ich meine schönsten Jahre fruchtlos bei ihm zum gebrachten Abend war. Kommt schon, als wir den zuerst bei den geschlüten anderen. Nur ein Schatz! Ja, mein Schatz, so sehr liebt ihr mich also. Oh, der Verstammene ist nicht tot. Ich bin sehr froh, eure Freundschaft kennengelernt und eure wunderschöne Grabrede gehört zu haben. Sie wird meine Lehre sein und wird mich in Zukunft schon einigem hindern. Nun, sehr wunderschöne. Wahnsinn, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Doch, ich höre eure Tochter so. Legt euch wieder hin. Wir wollen die nie euren Tod aufnehmen. So etwas auszuprobieren ist gar nicht himmel. Und auf diese Weise werdet ihr auch gleich die Gefühle eurer Familie kennen. Oh, Himmel, welch Tod nicht für den Tod. Oh, Toinette, was hast du? Weshalb weinst du? Ich habe eine Traurige Nachricht für euch. Nun, was ist es denn? Euer Vater ist so. Mein Vater ist gestorben, Toinette? Er ist soeben an einem schwächer und schwächer Anfall gestorben. Ach, welch Unglück, welch grausamer Schlag. Ach, musste ich denn meinen Vater verlieren, das Einzige, was mir auf dieser Erde noch geblieben ist? Musste ich dies, um das Maß an Unglück noch voll zu machen, ausgerechnet deinem Aufblick tut, der so zornig mit mir war? Was soll nur aus mir Unglück zinnig werden? Wo finde ich Trost nach solchem Verlust? Was habt ihr nur als schöne Angelik? Welch Unglück beweint ihr? O Cleopse, ich beweine das liebste und kostbarste, was ich auf dieser Welt verliert konnte. Beweine den Tod meines Vaters. O Himmel, wie konnte das geschehen? So unerwartet und furchtbar. Ach, nachdem ich eure Tante gewesen hatte, für mich zu sprechen, wollte ich mich ihm gerade vorstellen und mit Erbietung und Bitten sein Herz dafür gewinnen, meinem Werbung euch stattzugeben. O Cleon, hör doch auf, davon zu sprechen. Fort mit allen Gedanken an meine Heiracht. Nach dem Tod meines Vaters will ich nicht mehr von dieser Welt sein. Und es sah mein Vater habe ich mich vor kurzem auf euren Willen widersetzt. So will ich nun mit zumindest einem eurer Wünsche stattgehen und den Kummer den ich euch verhebt habe wieder gut machen. Erlaubt mir, mein Vater, euch mein Wort zu geben und euch als Zeichen meiner Reue zu umarmen. Oh meine Tochter. So kommt doch, meine Tochter und habe keine Angst. Ich bin nicht tot. Ja, du bist mein Fleisch und Blut, meine wahre Tochter und ich bin sehr froh, dass ich deine gute Natur erkannt habe. Welch Wunder, oh mein Vater, der euch der Himmel so glücklich wiedergegeben hat. Erlaubt mir, mich euch zu Füßen zu werfen, um euch um eines zu bitten. Wenn ihr mir schon meine Herzenswahl verdagt, Miklion nicht zum Gatten gehen vor, bitte ich euch, zwingt mich nicht, einen anderen zu heiraten. bitte euch, das ist das schreckt. schreckt zu schreckt zu schreckt zu Das genügt, um euer Schwiegersohn zu werden. So will ich Arzt werden oder sogar noch Apotheker, wenn es euch gefällt. Das ist keine große Angelegenheit und ich würde noch ganz andere Sachen machen, um die schönen Ort für dich zu lieben. Doch Herr Bruder, hier kommt noch eine Idee. Lörtet ihr noch selbst an? Es wird uns viel bequemer, wenn ihr alles, was ihr braucht, bei der Fett sind. Das ist das Recht, um uns schnell wieder Dürfen zu machen. Keine Krankheit wird so verletzen sein, sich an einen Axt selber heranzumachen. Beradin, ich glaube, ihr wollt euch über mich lustig machen. In meinem Alter ist ja wohl kaum noch angemessen, die Schulbank zu drücken. Ach, das Lernen. Ihr seid doch gelehrt, nun. Manche von ihnen sind kein bisschen schlauer als ihr. Nun, aber man muss doch gut Lateinisch sprechen und alle Krankheiten und deren Heilmittel kennen und benennen können. Ach, das wissen Sie. Was kommt mit der Robe? Sobald, dass ihr schlauer seid, als es euch überhaupt noch liebt. Wie? Man kann bei allen Krankheiten mitreden, nur wenn man diese Robe trägt? Man muss nur die Robe unter Recht geben, dann wird jedes Geschäft weiter und jede Dummheit zu verlusten. Ich bin jedenfalls zu allem bereit. Sollen wir gleich beginnen? Wie, gleich? Ja, und in eurem Haus? In meinem Haus? Ich kenne da eine medizinische Partizier, die gleich vorbeikommen wird. Und die Zerboninen noch in eurem Saal durchführen wird. Aber was soll ich tun? Was soll ich es raten? Das wird man euch in zwei Wochen weiterführen. Ihr werdet schrecklich bekommen, was ihr gesagt habt. Kommt, zieht euch nur um. Ich werde es dir wohl machen. Nun, wir werden zählen. Was versteht ihr unter dieser befreundeten Fakulte? Was habt ihr vor, uns für heute Abend ein wenig Unterhaltung zu verschaffen? Die Schauspieler haben ein Internet so über die Verleihung der medizinischen Doktorwürde vorbereitet. Und was sollen wir doch alle üben? Mein Bruder, der soll dabei die Hauptrolle spielen. Aber, meine liebe Tante, ich bekomme das Gefühl, dass ihr meinen armen Herr Vater doch ein wenig zu sehr an der Nase herumführt. Ach, so wie, dass es weniger in einer Nase herumführt, als es mal in einer Spielerei einherzugehen. Es bleibt alles unter uns. Wir können ja alle eine Rolle übernehmen und allen dem anderen etwas vorspielen. Im Karnowal ist nichts verboten. Komm, lasst uns alles vorbreiten. Seid ihr einverstanden? Ja, da meine Tante anstieg, dass sie sein wird. Ja, da meine Tante anstieg! Na, da. Vielen Dank. Applaus 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 Herzlichen Dank, meine Damen und Herren der Schulgemeinschaft. Ja, vielen Dank und vielen Dank dem Publikum, dass ihr alle da wart und zahlreich erschienen seid. Vielen Dank an meine Assange, es waren zwei anstrengende Wochen, aber ich denke, der Abend hat gezeigt, es hat sich gelohnt. Ich bin wirklich stolz auf euch. Ich bin wirklich stolz auf euch. Vielen Dank. Wenn ihr nachher noch eine kleine Spende für die Theater AG habt, dann könnt ihr es beim Ausgang in die großen Hüte werfen. Einen guten Nachhauseweg grüßen wir und machen Sie noch ein bisschen Werbung. Morgen spielen wir nochmal um 18 Uhr und dann hoffen wir nochmal auf ein volles Haus. Applaus 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 Applaus